Du legst erst Post hier nicht, Eiko. Komm, wo ist das? Jetzt noch ein bisschen was abgekauen. Halt mal was! Das ist der Arthaus. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Ja, da ist schon wieder... ...durch auch arbeiten! Du, oi, oi! Oooh, es geht schon! Geht schon los! Ja, du, das geht, weil du dich drehst! Man sieht gar nix. Ach das ist doch lustig. Janne. 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 Morgen wieder zur Physiotherapie rennen. Jetzt bin ich über einen Tag auseinander. Bis vom Rennen bis durch vom Freude. Das ich kann. Ich würde nur fahren, wenn es seine Gefängtheiter gibt. Das ist doch ein Stück weit. Hier ist ein Sitz halt. Da muss es ein sehr lang sein, die ist groß. Da kann doch wieder vallern. Ich bin ja hier dran. Wie fahren die Ranschen auch ureinander? Können wir mal machen? Ja. Die Kärmaschine kommt raus. Die fährt dann hoch, die Kärmaschine. Das Gino hier ein bisschen... Das ist der Motor. Das ist ja klar. Was ist der Motor vermutet? Ja, wie bei... Was war das? Ein Kitzkopf, weil ich auf die Schiene fahren will. Du hast ja Schiene. Gibt Gas im Motorboot. Nee! Das ist der Motor. Ich muss ein bisschen die Location hier filmen. Das war gemütlich gefahren. Nur wie ich. Das ist doch Janne im blauen T-Shirt. Der kämpft auch richtig, ja. Du bist besser, ne? Ja, nochmal! Tino! Das ist geil, wenn es quietscht, aber ein bisschen anders. Das bremsst dich ab. Ja. Oder quietscht, ne? Du verlierst die Zeit, weil du quer stehst. Weil er doch gesagt hat, man soll nicht in der Kurve bremsen. Vielleicht wird es nicht. Wird gleich innen. Oh! Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ja, hier vorne ist ein schöner Baum. Da kann man schon mal herfahren. Das ist normal ausgerichtet. Cause er so weit ausgerichtet. oh, hier haben wir immer zwei, immer einє. Oh oh! Das zählt ja nicht. Nochmal. Fühlstoff. Abwinken, abwinken, zurück. Safety guard. Ach, das war die erste Runde deswegen. Ui, da dreht sich richtig, guck mal. Zack. Zack um die Kurve rum. Fühlstoff. Schuss. 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 Stefan, Ui, der letzte Runde, der reichne. Ach, sie hat viele schon vorgearbeitet. Haha. Das ist ja Riker. Karte. OK. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017